Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 9. April 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 800 und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. ICQ New, Turniere, PIN, Corona Limit und Lieferdienste. Ich beginne gleich mit etwas, was ich euch anfangs der Woche angekündigt habe, einen kleinen Wettbewerb. Den werden wir machen. Ich habe heute den Achim nicht vor die Flinte oder vor das Mikrofon bekommen und da möchten wir schon zusammen eine Folge aufnehmen, aber der Wettbewerb kommt. Auf jeden Fall freut euch darauf und ich würde sagen, ich stürze mich mal in die Themen rein. ICQ New, mögt ihr euch noch an ICQ erinnern? Die etwas Reiferen wahrscheinlich schon. Das war für viele so der erste oder einer der ersteren Messenger, die sie gehabt haben. Mein Reiner auch. Irgendwie weiss ich meine Nummer fast noch auswendig. Und ja, die könnte ich jetzt wieder gebrauchen, denn ICQ will es nochmals wagen. Für Android, iOS, Windows und macOS und im Web soll es den neuen Messenger geben. Und ICQ gehört mittlerweile den Russen irgendwie. Wie heissen die? Mail.ru. Genau, die haben den Messenger nochmals aufgemöbelt und wollen es nochmals versuchen. Ich bin ja echt gespannt, ob das klappt. Hashtag, ich glaube not. Genau, Facebook Gaming. Ihr kennt das sicherlich. Der eine oder andere, wie ich vielleicht, hat das Ganze auch abgeschaltet, dass man da nicht immer wieder Anfragen kommt für diese Spiele unter Facebook. Aber wer das fleissig und gerne macht, der kann sich jetzt in dieser Zeit auch, wie soll ich sagen, betteln, damit gegeneinander spielen, Turniere ausrufen oder an welchen teilnehmen. Und wie das genau funktioniert, das haben wir verlinkt in den Shownotes. Könnt ihr nachlesen und ausprobieren für diejenigen, die Lust haben und vor allem Zeit haben. Wer keine Zeit hat und dafür Netflix schaut, ist zwar gerade umgekehrt. Wahrscheinlich braucht man ziemlich viel Zeit, um Netflix zu schauen. Genau, der kann sein Account ein bisschen besser schützen für seine Kinder. Das geht jetzt eher in Richtung Eltern. Denn man kann zwar einen Kinderaccount erstellen, aber das Kind kann, wenn es es weiss wie, zwischen den Profilen wechseln und somit dann auch Filme schauen, die Erwachsene nur hätten sehen können oder dürfen oder müssen oder wollen. Wie auch immer. Und wie das Ganze funktioniert, über den Menüpunkt mehr findet ihr das Profilfoto, da draufklicken, dann auf das Konto und da unter Alterseinstufungen nochmals ein bisschen versteckt suchen gehen und dann seid ihr drin für all diejenigen, die jetzt nicht mitschreiben konnten, auf daily.geektalk.ca oder auch natürlich in den Shownotes eures Podcatchers Vertrauens findet ihr die Einstellung dazu oder besser gesagt eine Anleitung dazu, wie ihr das einstellen könnt. Mein Gott, manchmal ist reden schwierig. Genau. In der Schweiz galt bis vor kurzem, bis jetzt, die Limite bei Bargeldlosenbezahlen von 40 Währungseinheiten, also 40 Schweizer Franken, konnte man mit der Karte drauf, mit der Watch drauf, mit dem Smartphone drauf und bezahlen, ohne dass man den PIN eingeben musste. Jetzt zu Zeiten von Corona und so weiter hat man natürlich den Drang, mehr in Kontaktlos zu bezahlen, wegen Übertragung etc. Und da ist dann 40 Franken doch schnell mal ein Punkt erreicht und deshalb hat man das Ganze jetzt erhöht. Mastercard, Visa, American Express und die PostFinance haben sich geeinigt und haben das Limit auf 80 hochgeschoben. Wer wie ich so gerne mit der Watch oder mit dem Telefon bezahlt, der ist sowieso nicht betroffen, denn all die Lösungen wie Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Carmin Pay etc., die eine biometrische Freigabe oder einen PIN verwenden, sind eh nicht beschränkt. Aber alle anderen, die mit der Karte bezahlen, werden sich auf jeden Fall freuen darüber. Und zu guter Letzt, wenn ihr hungrig seid und nicht kochen mögt, der Kühlschrank leer ist, bei Google Maps findet ihr aktuell Restaurants, die noch offen haben und Lieferdienste oder Abholdienste haben, ein bisschen fetter dargestellt. Finde ich praktisch, sollte man nutzen, wenn man mag. Und ja, das war's mit der heutigen 800er-Folge. Ich würde, wie gesagt, die Folge mit dem Wettbewerb, dem kleinen, die kommt noch, sobald ich den Achim und Drachim und ich einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Und dann würde ich doch sagen, euch einen erfolgreichen Tag. Oder ihr könnt uns mal schreiben, ob ihr, oder wie lange ihr uns schon hört. Ist ja doch ein Weilchen her. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.